Den Morgenschnall-Sanal. Gestern Abend angekommen, 11 Uhr ungefähr, nichts gesehen von der Kulisse. Und jetzt sind wir da. Und da oben ist eine zu ätzigsten Stelle. So, unser Champion-Team macht sich fertig für heute Morgen. Wir sind schon bereit. Hier ist das Support-Team. Wir sind eher bereit und spazieren gehen. Support-Team. Ja. Super. Danke. Er motiviert mich sehr. Gut. Wie fühlen Sie sich heute Morgen? Aufgeregt. Spannend und bereit. Ich hoffe, Sie können das sehen. Ich habe alle, dass wir da sind. Wir sind jetzt, dass wir da sind. Wir gehen jetzt, um unsere Weapons und Arrows zu zeigen. So, sie können sich entscheiden, ob wir da sind. Wir gehen jetzt. Und jetzt gehen wir. Summer ist auch fertig. Wooh! Hier geht's. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Parcours. Der ist Schnalztal. Und jetzt geht's. Wauw, was ein Salt. Und das ist gerade vor dem Parkour zu starten. Und das ist gerade vor dem Parkour zu starten. Was ist das? Ausstattbar. Hier ist der Sign wieder. Jetzt haben wir da den ersten Blick aufs Parcours-Gelände. Da sieht man schon ein paar Zielscheiben und ein paar Schützen im Wald unterwegs. Peng, da knallt es schon überall. Wir gehen jetzt runter zum Einstieg. Wir haben jetzt einen Blick auf die Kugel, die in der Kugel, der sich für die Kugel, der sich in die Kugel, der sich in die Kugel umbauen. Wir sind in der Kugel, die Kugel, die in die Kugel, die in die Kugel. Ich habe an der Zeichnung schon Beiden. Zwei Kerbe, dann kann ich jetzt kuriieren. Von allen Tieren, die ich schiessen, ist das egal. Jetzt kommt es gut. Nein! Du lässt jetzt zu soft los. Sie sahen nur beim Essen. Ich habe gedacht, ich will nicht fest sein. Ich habe gedacht, ich will nicht fest sein. Oh! Ja, ja. Eben ja. Entschuldigung. Ich habe mich auf Rang 37 von 120. Wow! Aber heute... Urda! Ich denke, es ist das Wetter. Die Luft und der Wind, gell? Ja, ja. Der Wind und die Luft und der Mond, ja. 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 Schau, schau. Alle Punkte. Juhu! Ja. Ich dachte, meine sind gewisse. Ja, cool. Schreib. Super. 1-1-1. Oh! Nein! Super! Marius hat 1-3. Super. Was hat der eine noch im Team vermisst? Der... Sarah. Nein, das ist meiner. Er hat das Glies, der hat... Auch 3. 1-3. Dankeschön. Und Sarah hat 1-1. Juhu! Cool! Super! Wow! Jawoll! Jetzt und jetzt. Ja, ja. Oh! Alright. First day of the competition is done. Going back now. We had a lot of fun. We had nice Swiss people with us. In our group. And that was amazing. Now Fritz and me are back. On our way back to the Archeopark. The equipment held up. Was really good. Let's see. There were great archers there. That was always amazing to watch, you know. Great equipment. Let's see. And what turns out... For us. On points and stuff. So... Yeah. Now we are going back. A nice evening. Talking to the people. And... Tomorrow. Going to throw the Adlavo. With the Adlavo. Throw the darts. That will be great. Alright. What a... The view is just amazing here. Amazing woods. It's... It's... It's all just tamarack here. Solar lake. It's... Unbelievable. Really great... Great wood. It's really hot... Hot flame if you burn it. And... It's tough. Yeah. Alright. Catch my breath. And... See you later. What an amazing Adlavo. Huge. Thanks for being here. Thanks for being here. And... We will go over. I... We'll come and see us. Yeah, thank you. Hey, thank you. Platz 30, Patrick Geiger. Okay. Stephan Maynhold, on Platz 29. Sul post 28, Vilmar Capitanio. Davide Silbera, Zulfost 26 Uwe Mähler-Kersten auf Platz 26 Marcel Olbrecht auf Platz 25 Uwe Matasch auf Platz 24 Marcel Wörner auf Platz 23 Auf Platz 22 Reibholz Schnücker Christian Scherzbaumer auf Platz 21 Christian Lindenthaler auf Platz 20 Fried Mischler auf Platz 19 Ead Gassenbein auf Platz 18 Mario Innocenti Hey there, it's 9 o'clock in the morning Darts are ready, Atlatel is with me Today a handful of people will compete in the spare throwing competition Yesterday about 120 people That was pretty amazing To walk around in this amazing forest here And shoot at these targets So I'm going to see if I can get used to throwing them at ladles again And get some practice in Before the parkour starts at 9.30 So Oh there is Sarah Yes, that's it I'm excited, I'm looking forward I'm hoping I can get anything See you later Grüß euch Sonntagmorgen Die Sperre sind bereit sozusagen Ich bin jetzt bei der Bär, den wir gestern selten getroffen haben 120 Leute haben gestern geschossen Und heute werden noch weniger als die Hälfte Sind heute noch bei den Sperrschordern dabei Ich bin schon richtig gespannt Und jetzt werde ich noch mal schauen, ob ich überhaupt irgendwas tritt Mit dem Zeug Also mit den tollen Sperren und so Mit dem Zeug Der ist noch mal Ich bin jetzt mit dem Zeug Es braucht Mist. Ich suche jetzt eine Spächeriakel, damit du sie sich hinlegen kannst. Das ist jetzt genug hinten nachgelatscht. Ein Bett. Hey, du bist drauf. Ja, wahrscheinlich so. Das haben wir vorne auch schon genannt. Martin, du machst den Speer kaputt. Nein! Du bist echt selber schuld. Und wenn er absteckt und nicht drauf ist, bist du auch selber schuld. Kannst du erstmal nachmachen? Ja, das glaube ich dir. Ein ganz wunderbarer Bündnis. Wenn man sie von Hand wirft auf die Kuss zu schieben, zählt sie leider. Das ist gut. Sind es Martin auch schon abbekannt? Ja, wenn es abbekannt. Oh, wow! Scheinfach. Na super, das hört ihr nehmt. Ist doch voll, man könnte fast reingeleitet. Ah, ok. Ja! Ne zwei! Oh, wir toppen! Juhu! Juhu! Super, hey! Super, hey! Super! 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 You see! Wieder links! Wieder links! interes hüriere! Heute vielleicht. Es ist irgendwie nicht ganz gerade. Auf dich zum ersten malen. Schon kaputt? Zeit für Wellness zwischendurch. Und so die Zunge da raus. Ich mag nicht mehr. So. So wenig wie möglich Gewicht. Was so glatt ist denn? Mit der Hals oder so? Nein, einfach nur mit Weissleim. Und dann nehme ich ein bisschen Lack. Das ist super, jetzt verstehe ich es. So schön mit dir. Komm jetzt, ich tauschen aber hier. Das ist der Fritz. Oh, naja man merkt ihr seid ein Paar. Oder war das irgendwer? Nein, Martin. Ach Martin. Ach ne, dann nicht. Das klappt nicht. Na. Stumpetate. Ja. Freizeitig. Freizeitig. Ich bin zu alt. So. Steh auf mich. Pssst. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Ja, Hau rein. Ja, wir jubeln volle Tube egal was. Und was meistens eben auch schön ist, wenn wir ein schönes Platz haben, meistens haben wir die Laderscheuern. Das war eben hier dieses Jahr nicht mehr. Früher hatten wir dort bloß jetzt die Neujahrung. Juhu! Super! Der ist super! Der Rückenwind ist ja super! Jetzt wurde er sonst ausgewechselt. Jetzt ist es gut! Jetzt ist es gut! Häufig! Ja! Jaaaay! Und einfach rausklappen! Oh! Ja, alle! Alle! Die Abwartete sind irgendwann nicht aus! Ist das denn? Lüchtige? Weißt du was? Wir haben es gerade! All right, a lot of competition is done and we're on our way back. It was tough, really tough, man, it was crazy, but we had so much fun, I can't tell you. So we're going to collect some of our tamar. Sarah wants to make a basket out of it, Twix, and yeah, let's see how this turned out. All right, thanks for watching, take care. Do you have any forgotten? I'm just forgot. I'm just forgot. I'm just forgot. I love Monika video. We've got 10 points in the match. Auf Platz 16, Christian Linz. Auf Platz 15, Stefan Meifel. Auf Platz 15, Stefan Meifel. Auf Platz 15, Stefan Meifel.